Hi Leute, willkommen bei Teezy, Schubes und wir kommen heute zu einem Toti bei Fursky gegen den guten Steinski. Wie geht's, wie steht's da drüben? Servus! Mir wurde ein bisschen schlechter, als ich die Preisentwicklung der Totis gesehen habe, aber ansonsten ist alles gut. Ich sag euch ehrlich, Totis ist mittlerweile wieder Goldpreis, oder? Das ist wirklich geisteskrank, wo die Preise hin sind. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch überhaupt ein Toti geleistet habt. Weil ich sag, wenn ihr es bis jetzt noch gemacht habt, dann wird es schwer, dann kriegst du gar keiner mehr. Ich sag auch, also dieses Jahr hat ja keiner sich an die Arzt. Hat echt keiner kommen sehen, wo da die Preise hin sind. Wenn ich mir überlege, Jungs, in Haaland, als wir gerade eben geguckt haben, der ist bei 12,4 Millionen. Der war, den hast du dir holen können für 3,8. Das ist so krank, wirklich. Das ist wirklich so krank, wo die Preise hin sind. Wir haben uns überlegt, man muss drei Totis in die Startelf reinmachen und dann ganz normal bei Fursky, wie wir es schon gegen Steini öfter so aufgenommen haben, da geht auf eine Position, man sagt einen Filter an, gib ihm rein, könnte sehr, sehr ekelhaft werden, weil wenn hier ein Toti rutschen geht, dann ist komplett der Bruch da. Wir haben am Steini auch was aufgenommen, checkt die Folge aus und jetzt klingelt es bei uns. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein, oder? Altbekanntes Ding, erste Position, wählen wir direkt an. Wir gehen hier in Simbo, oder? Däub ich noch oben, oder? Äh, was, äh, Special, ah ne, ihr sagt Dings, was hatten wir mit der Range gesagt? Ist ja eigentlich egal, wenn du auf Special gehst, oder? Ja, wir sagen wieder, keine Ahnung, oder? Ich würde jetzt sagen, wir sagen dir wieder, nimm Toti, ehrenvolle Erwähnung, du gibst uns eben den Filter und dann einfach drauf, ne? Easy. Okay, was gibt man einem Steini für einen Filter? Vielleicht mal einen Thunderstruck direkt. Ein Thunderstruck. Okay, Steini, was kriegen wir von dir? Äh, eine normale Hero. Normale Hero. War gut. Gute Position dafür aber auch. Da muss ich erstmal raus suchen, wo ist sie denn? Da ist sie. Gut. Äh, Position stelle ich auch ein, alles klar. Und dann sind wir auf dem Transfermarkt. Bei euch die drei. Okay, das ist diese gute Dame, die haben wir, glaube ich, auch nicht, die kaufe ich direkt ein dafür, oder? Ja, ja, komm. Komm, wir können ein bisschen, was kriegst du? Steine, die sechs. Yes, war eh nur der gleiche Spieler drauf. Ah, okay. Aber Hauptsache, da war ein Spieler, das ist ja auch schon wieder, ne? Von daher, gut. Sehr gut, okay. Vielleicht mal so einer dahinter wegpacken? Ja, wir gehen dahin. Okay, wir sind mal wieder auf der nächsten Position. Ja, ich gehe, ja, ich gehe hier mit. Okay. Ähm. Was gibt mal ein Steine, Timo? Sucht so was aus. Ich gebe ein Steine, Toti, ehrenvolle Erwähnung. Äh, bei euch Radioactive. Oh. Ah, ich glaube, das ist gut. Das gibt's. Das ist sehr gut, ja. Boah, Chemie könnte echt eklig werden hier, du. Nimm du mal die neun, Steine. Ich habe wieder nur einen Spieler. Ich bin da froh darüber, dass wenigstens einer da ist, aber ja, ich kaufe den mal eben. Gib mal unsere Nummer. Die fünf. Okay. Warte, bleib mal drauf. Oh, wo kommt denn hier mal Chemie her, Alter? Ah, fuck, haben wir den jetzt sogar? Nee, wir haben nix mehr Zimbo. Wo sollen wir das noch herhaben? Wir haben eine Lehrgeschäfts-Toti da, nix mehr da. Ich glaube, die haben wir, die Special-Karten, die wurden ja wieder dann angerührt. Aber der Rest halt noch. Okay. Boah, ist aber stark, ne? Ja, aber richtig. Äh, puh, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich glaube, wir wählen das hier aus. Sollte ich mal drauf mit. Ich gehe auf da, ja, ich mache hier. Okay. Was gibt man dem Steine? Die sind mal. Wir geben, dann würde ich sagen, auch mal ne Hero, oder? Stinkt normal. Aber ne schöne UEFA Heroes Männer. Oh, sehr schön. Okay. Äh, dann gebe ich euch einen Winter Wild Card. Gibt's aber, glaube ich. Ja, 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 sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gut. Hä? Für uns. Moment mal. Hä? Gibt's keiner auf deiner Position? Ne, wahrscheinlich wieder Z-Norm, was aber Z-Norm spielen kann. Schade. Das ist doch scheiße, aber. Herr Keller, bitte einen Bronzemann bei Ihnen rein. Und bei uns kannst du aus einem wunderschönen Pool von zwei Spielern picken. Gut, dann nehme ich die neun. Nein, oder? Ah, das ist auch mal kacke. Kannst du ja kaufen. Herr Hammer, doch. Zumo den Hammer, doch. Hä, was ist denn das hier? Ah, das ist doch Mist. Ah, das ist wirklich Mist. Ich teig nicht mal Biss hier an, Steine. Mist, Alter, erzähl mir nix von Mist hier. Ah, das ist scheiße. Ich war mir so safe eigentlich. Könnte ich nochmal Hero nehmen? Ich will das mal stehen gehabt, da. Schade, warte, geht's. Okay, wir haben ne Position. Ja, ich... Ich gehe hier mit. Hm, äh, Moment, ja. Ich sag dir ehrlich, für Steine können ich jetzt nur Ultima, ein Dynastie-Icon. Äh, ihr kriegt ne... Ja, ihr kriegt auch ne Icon von mir. Oh. Stinknormale, Thunderstruck. Ne Thunder, ne Thunder, ne Thunder. Okay. Dann hätte ich bei dir gern die zwei. Ja. Die ist okay. Bei uns? Eins. Oh, okay. Ich sag, damit sind fast unsere Coins auch gefetzt. Ei, ei, ei. Moment, ich muss den mal eben kaufen. Junge, der ist aber auch ganz schön hochgegangen wieder. Da war doch mal... Da war doch, glaub ich mal bei 100, 800. Das ist aber sehr schön, ne? Das ist doch... Also, was ist das? Sie hier feiert, du. Sehr eng wertet sind wir. Guck mal kurz, ob wir noch irgendwas haben zu verkaufen, Steine. Ja, Steine, ich sag dir ganz ehrlich, wir waren ja eh ein bisschen finanziell angeschlagen durch die ganzen Toti-Einkäufe, dies, das. Ich mein, gut, also es liegt sehr viel wert bei uns im Verein, das heißt finanziell angeschlagen. Aber jetzt sowas flüssig halt aktuell rumläuft, weißt du was, ne? Die Liquidität hat gefehlt. Genau. Ähm, komm, wir geben dem Zenturion, oder? Hätte ich euch auch gegeben. Und? Zenturi. Oh, fuck. Ja, Rutschigange. Stark, Simbo, gute Auslaufzimmer. Sehr stark. So kann man natürlich auch keinen Sparenzimmer, richtig? Ja, ich hab's halt clever gemacht, oder? Den packt man da rein. Äh, ja, den kauf ich gleich, der ist aber jetzt schon mal so als Stream Squad drin. Okay. Gut. Okay, wir gehen. Ja, ich muss dann hier den Filter rausmachen, okay. Gut, was gibt man einem Steinski? Ich würde sagen Stein, Nimo und Trailblazer. Oh ja, sehr gut. Traily, äh, ihr kriegt von mir eine CL Roll to the Knockout. UCL Road to the Knockout. Okay, da weiß ich... Aber die gibt's. Ja, sehr gut, gibt's der ein und selber, ne? Ja. Gut, bei mir? Äh, ja, kann sein, dass wir den noch haben. Ich guck dann aber erst mal, oder, Timo? Wenn du denkst, dass wir ihn noch haben? Ich guck erst mal. Wir gehen... Moment, was mach ich? Ja, wir gehen hier. Wir gehen hier. Wir gehen hier. Ähm, was geben wir dem Steini? Was geben wir dem? Icon hat er, Hero hat er. Haben wir schon Winter Wildcard gegeben? Ich glaube, nur nicht. Nimm mal eine Winter Wildcard Steinski. Okay, äh, ihr kriegt von mir einen Versus Feuer. Versus Feuer. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Eine Karte ist anders, der Rest ist alles gleich bei uns. Ähm, dir geben wir die 7. Hier will einer Coins schieben? Ja, ich, ich, ich kaufe den End. Das, was, was soll das denn geben, Alter? Da bin ich ja richtig gespannt drauf. Also mein, der wird, der wird wild. Okay, was gibst du uns? Die 8. Ja, okay. Die müssen wir kaufen, ne? Okay, letzte Position. Ich gebe euch für die letzte Position, ne? Base Icon. Base Icon. Das gibt mal einen Stein hier. Gib mir mal auch einen. Komm, genau. Ja, danke. Es hat funktioniert. Gut. Brauche ich die 4. Bei uns die 4, alles klar. Du kriegst die 1. Ey, ist alter krank. Wie gut hat der da hinten reingepasst, hä? Ach, ajo. Digga, wie stark ist das denn? Fuck, stark, stark. Okay, links hängt es bei uns ein bisschen, aber ja. So, dann seht ihr jetzt hier die Teams. Ich muss sagen, am Ende, der hat uns nochmal richtig gut Chemie reingegeben. Ja, sieht schon ganz krass aus. Also wir haben uns hier wirklich auf ein Minimum von der Coins jetzt gerade befunden. Chemie ist eigentlich gut. Und da, was hast du an Chemiesteini? Pff, 24. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Trainer noch... Oh, stimmt, der Trainer ist schon mal noch. Wir haben 30 aktuell. Wir gucken nochmal kurz auch bei den Trainern nach. Lieb und technisch. Ja, aber gebrauchen den ja schon mal. Doch, einen könnte ich noch hinkriegen, glaube ich. Auf 31. Gut, dann laden wir dich ein. Zeig mal her vom FC Tun-Pisch. Was hat er denn? Es ist so ein smarter Move gewesen, mit Alisson zu gehen, Alter. Ja, ja. Ja. Aber da war gut, weil da war die Base-Icon bei mir. Da habe ich ein bisschen gepokert, dass ihr sagt, ja komm, ne mal auf ein. Ah, bei uns ist alles verstellt, Moment. So, dann. Ja, gut. Good game. Hoi. Was hat der für ein Passproblem, hast du gesehen? War da der Bomber? Ja. Bombermüller? Scheiße, die Pop soll ja auch gut sein, gell? Pop, die ist richtig gut, verdammt. Scheiße, hat sie die gerade mit Zucker, das Ding da reingelegt, ne? Pop, ist wirklich stark. Wenn ihr die noch nicht gespielt habt oder so, kann ich euch auch ein Anzeherz legen. Ich sage, ihr findet die gut. Oh. Boah, schade. Ah, gut. Fast so rumgekratzt, Skatze. Die kommen aber auch ekelhafter. Nein, nein. Digga, was sind das Verwandplanken? Aber die funktionieren halt nur, wenn ihr da so ein Klopper stehen habt, wie Casimiro, R9 oder so. So habe ich den da nicht gesucht. Nein! Ja. Ach Gott, Alter, was ist das denn für eine Annahme gewesen? Dankesteinig. Perfekt, ey. Geht also doch, der Messi, ne? Kommt schon wieder gleich so einer. Achtung, verteidigt man den Scheiß, denn da? Casimiro. Haha. Das war ein bisschen, der die Flanke gemacht hat. Ich muss, ich muss den Torwart vielleicht rauszuholen. Kennt ihr meine Ecken? Nee, kannst du die jetzt auch noch? Achtung. Ja, lieber Scheiße. Ist aber nicht die Toti, ne? Nee. Ach Gott. Ach Gott. Wie klein die Lenni, die Bälle da hinten, ey. Der Breide. Warum machst du immer eigentlich den Jubel? Ich will eigentlich die andere Seite. Ich drücke immer nach rechts und nicht nach links. Links macht er ja diesen verletzte Jubel. Digga, Gerd Müller hat so geisteskranke Ballannahme-Probleme. Oh, macht er gut. Oh. Er dreht sich einfach nicht. Digga. Danilo, da hätte ich mal ein bisschen mehr von erwartet. Oh. Mit viel Ness-Trade, ne? Kann er mal? Oh Gott, Mensch. Ach, der wird nochmal auf die gefährliche Flanke. Oh, die kommt nochmal scheiße. Und die poppt die Hitsch in die Hand. Renate ist da. Ecke, Ecke. Boah, wichtig. Ist das in von Renate oder was? Nee, Feier. Die macht Feier. Stimmt, Feier hat die. Ich könnte mir vorstellen, dass die Toti Renate wirklich gut ist. Toti soll gut sein, sagen einige. Aber die gibt es ja gar nicht auf dem Markt. Boah, die haben wir auch am Anfang zwei gemacht. Total hektisch für 1,8 verkauft. Weil wir dachten, okay, gut, die macht die Abreise, die geht auf die Rutschbahn. Derjenige, den ich vor ein paar Jahren beleidigt habe, mit Flanke sautscht. Steini ist eine richtige Flanker-Sau geworden. Ja. Yes! Let's go! Die Flanker-Sau. Oh, die kommt gut. Scheiß Bros, die Ecke, die Drecksau. Stark. Ich habe so gelernt die Woche. Ich wusste, die müssen wir mal in der WL spielen, die Frau Renate. Oh. Alter. Rulig. Wie abgewichst. Wie abgewichst. Ankara. Du scheiße 1, Drecksau. Ääh. 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 Sponsor. Tür zu. Es ist so ekelhaft. Irgendein Sponsor. Ist es bei dir die Bronze-Karten? Die machen gerade Unterschied. Zeig ich dir, wie es ist. Der eine trifft, der andere räumt hin, reinweißen die Toti-Karten weg. Den Sponsor, den habt ihr unterschätzt. In die Mitte, Renate. Let's go! Boah! Boah! Casimiro, was machst du denn da? Haben wir eigentlich eine starke Seite irgendwie? Ja, wir müssen eigentlich die Kostets-Seite sein, aber da kommt auch gar nichts mit dem 17k-Mann. Boah. 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 Also diese Verteidigung, ne, die ist da nicht zockbar, Alter, was feiern die denn da? Macht er aber stark, der Messi. Macht er gut. Nicht umsonst haben wir 10 Millionen für den investiert. Zu viel, Zimbo, zu viel. Zimbo, wohin? Ich komme zum Abschluss. Du hättest 10 Mal schießen können. Ich stand vorne dran. Du hättest 10 Mal schießen können, Alter, was machst du denn da? GG? Ja, Sieg ist Sieg, aber was macht er denn? Ich hatte eine komplette Ladehänge mit Gerd. Hast du einen Sattelit verlor oder was? Wir hätten gerne tauschen können, Alter. Ihr hättet mir Müller gegeben, hätte Casimiro für haben können. Da kann ich mal einen Ball annehmen. Boah, zwei Stücke, weiß ich nicht, ey. Ich hole mir zwei Toti-S. Ich sage jetzt, ich hole Pop und Oberdorf. Alter, das wäre geil. Ich hole Pop und Oberdorf. Ich glaube auch wieder gut, jeder hat einer. Ja, wollten wir zufrieden. Aber du hättest eigentlich einen reinmachen müssen noch, dass du dir beide holen können, weil so kannst du dir maximal nur einer holen. Ja, mach. Kör mal. Darf ich vorlegen? Ich sage, Steini ist so einer, der lässt stehen. Deswegen nehme ich sein ST. Da picke ich rein. Der war ein sein ST. Ja, aber bestimmt die Poppy, oder? Die er da reingestellt hat. Ich gehe flinken wie V. Herr Keller. Ach, ihr habt nur zwei. Ja, ich dachte, ich habe auf den dritten gewartet. Ja, danke. Ich dachte, ihr habt drei an Differenz gehabt. Oh, ich habe geholt, ich habe, wer Wurzeln? Äh, Sponsl und Eker Kassiers. Wer hat Eker Kassiers geholt? Du, ach du Scheiße. Hä, wie? Ich habe die ganze Zeit auf den dritten gewartet, weil ich dachte, okay, 4-1 habt ihr gewonnen, aber der Ulrich hat der einen gemacht. Was ist mit Sponsl? Digga, ich dachte, wir haben ihm gerade beide drohtes weg, weil er so ist die Eker. Ach nee. Ich habe die ganze Zeit auf den dritten gewartet, Alter. Was ist ein Sponsl? Der ist MV, Junge. Der hat dir ein Leben zur Hölle gemacht. Wo standen die? Äh, im Sturm und linker IV. Also Pop war rechter MS, also zum Start. Ich habe aber nicht stehen lassen. Aber jetzt trotzdem dann Tote getroffen. Jo, ist drin, der Bruder, ihr. Scheiße, Alter, sie sind schon so bis jetzt gerade an die Eier gekriegt. Ich dachte wirklich, wir haben bei dir beides abgeräumt. Nee, ich habe einfach nur darauf gewartet, bis der dritte, bis ihr mir den dritten Dings nennt, den dritten Discard. Sag ich ehrlich, Discards sind unsere Disziplin. Das sind auch nicht so oft in der... Nee, das ist Mist. Naja, Freunde, lasst hier ein Däumchen nach oben da geheimen. Kostenloses Abo, checkt die Folge beim Steini-Auswissen raus. Haut's da rein. Tschüss, Steini. Ciao. Macht's gut.